...manchmal an der falschen Person aus. Fahren Sie in Urlaub? Ah, ich verstehe, weil ich Hausmeister bin, packe ich mir, wenn ich in Urlaub fahre, Putzmittel ein. Äußerst witzig! Das habe ich angenommen. Tatsächlich werde ich vor der Klasse meines Sohnes einen Vortrag halten. Über die Hausmeisterei? Glaubst du nicht, dass es Kinder gibt, die später mal für eine saubere Welt sorgen wollen? So war es nicht gemeint. Wie war es gemeint? Achtung! Was soll ich ein Mist?